Das ist ziemlich doof, wenn's nachts wird. Wie ist ne Baugenflüssigkeit? Oh, ich bin gerade bei Meteoriten gelandet. Da hab ich die Seerosenblätter gefunden. Ach, da bist du. Oh, ja, ja, genau. Achtung, ist von mir hinter mir. Ja, dann kannst du ja gleich die Blätter abnehmen. Wie hast du mich hier so schnell gefunden? Gar nicht, du bist in meinem Revierrad gewesen. In deinem Revier? Ja. Ich lauf jetzt gerade hinten zu meinem Todespunkt. Ich mach mal kurz einen kleinen Schlunk. Warte, ich komm mit, sonst hast du noch keine Chance gegen die Zombies. Weißt du, wir wollen zusammenarbeiten. Blöde, du spinne, du. Ja, dessen sagt ich warte. Nein, er läuft weiter. Du bist gleich wieder hin, ne? Ja. Du hast gerade das Leben gerettet. Ja. Ja. Genau, wenn du was zu markieren hast, mach mal deine Fackel hin oder so. So, hast du Fackel? Ja, weil hier muss nämlich irgendwo ein Spawner drunter sein. So oft wie hier Viecher rauskommen. Komm, und hier ist eine braune Flüssigkeit. Gleich, kleinen Moment. Ich komm gleich. Warte, 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 warte. Ich hab Maiskolben gefunden. Mais, Maiskolben. Maiskolben. Äh. Ja. Bleib da. Wie bist du? Bleib, komm mal hier bitte zu mir. Ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hier, nimm mal. Nee, geht nicht. Warte mal. Hier kann ich jetzt Sachen wegwerfen. Die Kuh? Ja, klappt. Warte. Einmal bitte die Kartoffeln nehmen. Bagot-Potato. Ja, damit ich Platz für die Mais habe. Weil ich ja voll war. Achso, du hattest ja Platz, ne? So, hier, du kriegst noch was. Und bitte durch den Tag kommst, oder? Hm. Ja. Und da ist die hintereinander. Ja, ja. Sonst bringen sie nichts. So, dann solltest du erst mal überlegen. Aber was gesehen hier? Die braune Flüssigkeit. Warte, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich die auf den Baum. Da. Äh. Äh. Das ist, äh, Kacke. Was ist das? Kacke. Hä, ernsthaft? Eine Tier-Toilette. Ernsthaft. Okay. Solltest du möglichst auch nicht reingehen, hat sie gleich ne. Oh, Skelett. Oh, Skelett. Oh, Skelett. Ich komm, ich komm, ich komm. Wo, 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 wo? Ich hab jetzt gar nicht gesehen hier. Weg hier. Oh. Hör auf mich zu schlagen. Wo bist du? Gerade geflüchtet. Ich steh auf dem Baum. Wo bist du? Wo bist du hingeflüchtet? Er verfolgt mich auch noch. ja 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 mit hartnäckig wo bist du denn von der braunen brühe ausgehend weiter dahinter weiter oben richtung osten wenn dein skelett gerade kaputt geht bin ich das und wenn es jetzt hin ist weiß dass einer schießt auf mich ich sehe dich immer noch nicht ändern ja weiterlaufen es könnte sind ja nicht das problem das problem sind hier eindeutig ich habe gerade den grab gefunden ja genau da bin ich und da schritten ins klären daher und hinter dir ist ein körper ok kannst du sie wissen es richtung hierher schaffen ja da war ich schon wo ich habe ja auch noch ein skelett danach hinterher schwimmt und kühle ins glatt habe ich erst mal erledigt was hier gelauert hat und von hinterher kommen gerade noch ein skelett ja ich bin dieser kack strömung hier drin halbes leben halbes leben halbes leben halbes leben essen was wo äh internal ja exekten eine vorhandene verbindung wurde vom remote host geschlossen ok ist ja nur von dr spiel verlassen ich sehe es alles klar hast du spiel wieder betreten oh ja und ich sinke lädt hast du drücken ja ich bin aber auch von vorne schon dabei ist zu erledigen so dein skelett habe ich erledigt ja genau und da ist noch ein skelett ja und was hat mich nämlich gerade wieder mit rentier hinterher ok und dann habe ich noch lebt ja genau und das auto läuft hast du ja wieder viel bei hier hinter dir ok ja genau da so ecke sicher kunst hier ist ein bogen kannst du dir aufnehmen ich stehe direkt davor bist du hier auch mal gestorben oder das ist mein punkt ist dein punkt dann bin ich nicht so weit gewesen zu sein wirst du gleich sehen da mach ich mal ganz kurz welche grabsteine hast du dann gebetet ich hatte die figur genommen ist ein anderer grabstein ist nicht meiner ok du hast den modus geändert um den grabstein geben zu können das bist du auch noch skorpionen hier und wieder kleine skorpione ein habe müssen hier noch sein wenn du diese mini skorpione siehst die kriegst du schnell kaputt aber die sind sehr flink oh ja die baby somit also skorpione skorpione wird leider nicht weniger flink als die zombie naja die zombie kinder weiß schon was ich meine ich höre gerade wieder ein skelett ist das hier bei dir oder bei mir ich höre es zwar bei sich ich habe gerade ein werber verledigt der mittlerweile aber ein mensch war falls die erde brauchst hier ist was jetzt gerade ein creeper explodiert ja hab ich auch gehört ja direkt bei mir da ist noch ein enderman genau in deinem kackahaufen was zeig ich dir denn ne zeig ich dir tatsächlich nicht an aber du kannst davon ausgehen dass das eine fäkalgrube ist ach so also wenn du jetzt weißt wie man die möglichkeit hier hat dann anschließend ich glaube mit hilfe der tinkamot deine füße mit hilfe von den seerosenblättern dafür so zu bestücken dass du dann damit auf wasser laufen kannst ich wäre bereit wir haben jetzt genügend seerosenblätter kannst du dir einen weg ebnen ja du kannst besser laufen und ich glaube du kannst eine zweiersprünge machen wenn das geht keine ahnung ich weiß nicht ob die zweiersprünge dir direkt mit dazugehören äh solltest du Clay irgendwo sehen können wir hier brauchen ich hab normalerweise nach wie vor keinen Platz hinter diesem könnte nämlich Clay sein wo ich hier gerade stehe ja hier ist Ton den sollt ihr mitnehmen Ton brauchen wir früher oder später für ganz viele Sachen Hängebrücke und ähnliche Sachen alles aufsammeln hier was ich groß gemacht habe da ist ja noch Platz und jetzt siehst du wie dringend wir die Rucksäcke brauchen ja ich will solche Sachen dann in die Rucksäcke reinpacken können na Christa ist auf ähm äh offensichtlich nein wieso hast du einen Creeper Kopf auf ja warum nicht äh weil ich dich denn erschlage wenn du überhaupt siehst du dir einen Creeper ach man du nimmst die Tour nicht mit ich weiß ja weil ich keinen Platz hatte hast du nur alles dabei dass du keinen Platz hattest äh ja ne Menge so kommt das Ding auch mal weg das Ding weg sag mal ich dachte du das ist weg ich hab einen Block Wolle den könnte ich opfern weil wir brauchen ja momentan nicht mehr Wolle ne hm wer weiß ach bei Clay kann es ja auch noch so gewisse Anzahl mitnehmen war ja hier ist der nächste ähm ja was schmeiß ich weg was schmeiß ich weg kompletten Ton den du findest mitnehmen 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 ja 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 muss erstmal irgendwas essen und du dir Platz hast ja ja toll hat nicht gereicht musst du was essen musst du was essen guck mal nach nein ich bin rappelvoll ich schmeiß jetzt die eine Wolle weg Schluss dann schmeiß ich dann schmeiß ich ah cobblestone weg ok wie viel Ton kann man maximal aufnehmen kann auch nicht schon voll sein 64er Stack ich hab 64 boah ah Algen tschüss und hat alle aufgesammelt oder was hast du aufgesammelt ob du alle aufgesammelt hast ja da sind sie noch neue guck mal da 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 der Kies nachrutscht macht dir das gleich schön breit in der Gegend hier wie gesagt den Ton brauchen wir früher oder später ja äh für Gott wie heißt das Ding irgendwas mit ähm wie hieß denn das Dekokraft glaube ich hieß das Dekokraft kannst du ja auch Hängebrücken machen Lampen machen alles sowas ja ja hab ich Kohle mit 50 also ein bisschen Kohle kann ich noch mitnehmen dass ich auf 64 wiederkomme hast du Kohle mit? ja wie viel? nicht viel na gut dann wir gleich bringen 17 ich mach gerade lose hier gleich rings um den Meteoriten wenn ich voll bin kannst du die restliche Kohle bitte gleich mitnehmen Bernstein lasse ich erstmal liegen noch geht's mit der Kohle aber es dürfte im Moment Schluss sein weil hier ist ringsum überall Kohle wo der Meteorite eingeschlagen ist ach und dieses Himmelstein kann ich nicht losschlagen selbst die Jungs rund um Gronkh haben mit dem ihre Probleme weil das Zeug extrem hart ist jetzt mit ihren super aufgearbeiteten Werkzeugen müssen die schon lange drauf rumprügeln ja brauchst du Diamant für äh ja noch mehr noch mehr sogar Skysdown was baust du noch ab? auch gerade versucht aber geht ja nicht ich bin auf der anderen Seite hier 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 geradeaus 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 habt ihr schon gesehen habt ihr schon gesehen alles klar hier liegt jetzt noch Kohle rum ich bin voll so wollen wir denn jetzt unsere neue Fähigkeit hier benutzen oder möchtest du zurücklaufen? äh ich würde sagen zurücklaufen weil Inventar voll nicht ja mit unserer neuen ab ab